Ihr seht noch mein Donut, also wisst ihr jetzt genau, hey, das ist eine Anschlussfolge. Anschlussfolge, Anschlussfolge. Plötzlich bei Mac40 2 unterhalten hören, das fragt der eine. Hörst du dir meinen Jungen an oder was? Hörst du dir meinen Jungen an? Das hat nicht geschlagen. Oh, jetzt kriege ich ihn eingeholt. Er ist halt ein Fettlappen. Mein Sohn ist halt ein Fettlappen. Jump into the water wie Dwayne the Rock Johnson. Ich wollte dir noch schnell eine verpassen, bevor ich abholt. Das war ein sehr schöner Kopfschmerz wie Dwayne the Rock Johnson. Schieb es doch mal ab. Wird Friede es schaffen, das Rad ins Wasser zu werfen? Das ist der Inhalt dieser Folge. Hahahaha! Perfekt! Come on Dad, it's Los Santos! Guck mal! Boah! Das hab ich nicht gesehen! Und dann heißt es wohl... Hast du gesehen, wie er dagegen getrennt ist? Und sie ist einfach sitzen geblieben. Nein, alle wollen sie gleich an der Börse und hier noch immer mehr gewinnen, immer mehr gewinnen. Ja, so ist das Leben. Immer hier zack, zack. Kapitalismus! Der macht uns kaputt! Obwohl ich das grünen Weiß auch nicht schlecht finde. Echt? Ich finde am hässlichsten. Was? Wir müssen in die Rolle reinpassen, Karl. Na ja, na gut, dann ist sowas... In so der Kack fahren eigentlich immer ganz gut. Ich steig den Klamotten in mein Polizeiauto. Ey, was ist los? Was ist los? Was ist los? Gib dir eine... Guck's! Oh, Moment, Moment! Ha! Boom! No more questions, Baby! Und da ich ja die Polizei bin, kann keiner was machen. Ha ha ha! Stell dir mal musst du Polizei holen, ey! Ich bin die Polizei! Ich bin die Polizei! In die Sterne... Was denn jetzt? Wir wurden geblitzt. Polizei Auto? Wahrscheinlich. Hier, mit dem Auto fallen wir nicht auf. Schlimmes passt perfekt zu so einem Hipster. Oh, der... Zum Glück haben wir uns grün angezogen. Pass mal perfekt rein. Ja, er trägt auch grün. Macht ihr alle für komische Geräusche? Das ist ja wie bei mir aufarbeitet. Der Nachbarn denkt jetzt, ich bin arm, weil ich mir nur smart leisten kann. Ich denke, jetzt hätte ich den Garage stillen. Das ist eine, eine, eine Schändigung. So reingeschoben? Nein! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Ich war erst mal da! Was, was mach ich jetzt? Ich hab ihn jetzt außerdem weggedrückt. Wo wird geschossen? Aber außen wird geschossen. Alter, was ist denn da los? Alter! Und die Bullen, ne? Boah! 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 Ne, er geht in Deckung. Liegt hier noch irgendwer, oder was? Guck mal da! Der ist tot! Oh, da ist... Alter, guck mal hier! Das ist voll geil! Ah, hast vielleicht mal ein bisschen Moni aufgenommen. Hier, so sehen Gangster aus. Aber, gell? Ja, da liegt sie. Ja. Guck mal, die fallen einfach wieder weg. Ach, die sind ja beide tot. Oh, da können wir ja gar nichts machen. Ja, ich kann wieder wegfahren. Ah, da ist ja auch noch einer der Fahrer. Boah, was ist denn hier los? Können wir das Auto nehmen? I hate to do this! Alter! Are you... Sorry. Alter, was willst du? Hast du mich gerade angemacht, du Bastard? Komm her, gib mir einer! Hilfe! Hilfe! Wir müssen mal verprügeln, wo ist die Polizei? Oh, oh! Oh! Was willst du? Oh, nicht schubsen! Oh, nicht schubsen! Schon wie ein Mädchen! Und wieder weg! Hit and run! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Nicht schubsen! Oh! Oh, das ist man! Oh, mach dich fertig! Wo gibt es denn noch muss? Noch ein Hit und ist dauernd. Wichser, tötest mich nicht! Die Bullen kommen schnell weg. Zum F. Boah, er hat es richtig weggehauen. Guck mal, er liegt da vorseite. Aber er lebt noch, dann ist alles gut. Na toll. Wie steige ich jetzt wieder? Aber einen schönen Ausblick hatten wir hier. Oh, 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 ein Fest, ein Fest! Wie geil war das denn, ey? Boah! Der hat wahrscheinlich gar nichts mehr, der was tun gehabt, der wollte irgendwann hier auch eine Schokoriegel kaufen. Nun lauf doch mal, Junge! Oh, ey. Nein! Ach, nee! Ey! Mann, ist das eine Wichse hier. Wo ist der jetzt hochgelaufen da hinten? Wo war jetzt die beschissene Leiter? Ihr weiß es nicht! Alter! Ey Leute, das kotzt mich gerade richtig an, ey. Gerade habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Was passiert hier? Dann steckt da jetzt hier die Scheißwaffe weg, du Bastard. Mann, ey. Nun hör, lauf doch mal normal! Ah, du Wichser! Ja! Hahaha! Ja! 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 Ja!